Und, willkommen zurück zu Array Out. Besser gesagt, Array to the Meisel. Also ich habe mit dem Typen gerade geredet. Warum hast du die Macht während... Idiot. Das war nichts wichtiges. Also ich habe ihn gefragt, ob er mir alles besorgen kann, was ich will. Und ich habe nach einem Plattenspieler gefragt. Warum? Okay. Und? Also es gab zwei Möglichkeiten. Einen Weg raus und Plattenspieler. Und der Plattenspieler ist... Es gibt einen einzigen Plattenspieler im Gefängnis und das ist im Büro von dem Direktor. Ich tue mal ein bisschen arbeiten. Wenn mir ein Persönliches... Okay. Kein Bock mehr. Du kannst da nicht brechen? Nein, nicht mehr. Okay. Keine Ahnung. Will mitreden. Ich brauche eine Abdenkung. Ich brauche nur, dass du diesen Garten schraubst. Dann werden wir da in keinem Zeitpunkt stehen. Ja. Mann, du wirst das machen. Weil ich das mache. Wahrscheinlich. Bist du gerade echt gepfortet? Ja. Sie gepfortet. Ist es bei dir nicht? Was? Du bist jetzt immer wieder hierhin gelaufen? Und sobald du an diesem Punkt warst, wurdest du zu mir gezogen. Okay. Ich bin eigentlich gerade die ganze Zeit gegen euch gerannt. Okay. Das ist schmutzig. Mach mal sauber, da Basti. Hey Mann. Es sieht aus, wie du den Spot hast. Du hast deine Stimme... Ja. Sieht aus, wie ich habe. Danke. Du bist willkommen. Hey. Was wissen Sie über die Garten hier? Und was meinst du? Du weißt, wenn sie Freude nehmen und so. Sie sind nicht wirklich. Sie sind immer so in der Nähe. Warum? Ja. Es ist mein erstes Mal. Ich bin nicht sicher, ob ich sie mag. Du bist irgendwie leiser. Ich bin lauter. Bei mir ist umgekehrt. Wahrscheinlich hat jeder das, was für ihn Prio hat. Er. Na. Oh, bist du auch nicht? Der Typ ist eingesperrt, der Arme. Da kommt er nicht raus. Was? Hey, mit dem hab ich schon geredet. Geh weg, Fabian. Ah, aber mir sagt das ja was anderes als bei dir, oder? Ich gleich. Was warst du? Spaß haben. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Weil ich muss schon mal wieder die ganze Scheiße hier machen. Okay. Ähm. Lenkt Fred jetzt die Wachen ab. Ähm. Lenk ihn mal an da, Basti. Lenk ihn ab. Lenk ihn ab. Lenk ihn ab. Lenk ihn ab. Red mit ihm. Lenk ihn ab. Kann ich. Du hast doch mit dem Fred gesprochen. Ja, er hat mich auch gerade weggeschritten. Ich weiß. Aber ich kann mit ihm reden. Ach so, okay. Passt. Passt. Alles gut. Nein. Nein. Okay. Passt. Danke. Ich lehne mich gegen die Wand. Der schaut sehr... Na, Koten aus. Okay. What the fuck? Ach so, hätte ich den, den sie hier zugestellt, dann... Ja, wahrscheinlich nicht. Ich... Der Schatten. Ja. Ey, mein Meißel. Das ist meiner. Meiner. Das ist meiner. Dann gehe ich halt arbeiten. Und wieder hoch. Und wieder runter. Und wie ist es so, dass ich die Staff sehen. Du musstest ihn bitte ablenken. Ich bin am Arbeiten. Ich kann den Wesen noch. Ich kann die Wesen nicht zerbrechen. Mann, oh. Hier. Ich tue dich wischen. Ja, der steht niemand. Danke. So. Du solltest ein bisschen Bier bekommen. Was? Du solltest ein bisschen Bier bekommen. Du solltest ein bisschen Bier bekommen. Der Meißel hat einen echt gut geholfen. Schön. Das ist wahr. Ich glaube, das ist ein Restaurant. Geh zurück zu arbeiten. Jetzt. Scheiße, es ist lockt. Leon. Kannst du mir helfen? Du brauchst ein Mess? Nein, was? Warum bist du überhaupt? Da bist du. Da bist du dran. Was will ich da raus tun, oder was? Es ist verriegelt. Nicht mehr lange. Und der B ist jetzt noch ganz. Die Tür ist offen, Basti. Äh, ich schau mich mal hier oben. Nix, 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 nix. Ich wollte dich da rein. Hallo. Hey. Was? Ich kann mal wesentlich ablegen. Du wirst die Filme da haben. Komm, kehren wir weiter. Gute Teamarbeit. Njett. Weiß ich Stämmchen. Nein, du gehst hoch. Okay. Wie ist das Hapa Hapa? Oder was? Ja. Du kriegst das Buch mit dem Meister drin. Hey, Leo. Cool. Was ist denn, Fred? Ich habe etwas spezielles für dich zu lesen. Ich hoffe, du magst es. Ich hoffe, ich werde. Wie auch immer das unauffällig da drin war. Er hat ein paar Seiten rausgerissen. Hallo. Mein Fügelchen hat wieder am Fenster geklappt. Dein Vögelchen hat eine krumme Schnabel. Augen offen halt. Du musst aufpassen, da kommt ein Politist. Okay, danke, weil ich wollte hier etwas kaputt machen. Nasi. Bring. Entschuldigung. Was? Danke. Äh. Wie man das nicht? Nein, nein, nein. Hauf, hör auf. Hör zu langsam. Hör zu. Hör zu langsam. da kommt ja aber ich hab's gleich aber ich glaube du musst es ja du musst wieder ich kann nur einmal ablenken da kommt ein anderer nein das war knapp ach so das ist nur zum gucken okay kann man weg gehen bitte lass mich gucken da muss aufpassen da geht es gleich wieder zurück auf gottes will es hätte vorbeigelaufen ja ohne was zu sagen war ich etwa gerade so knapp dran oder was was ich hier machen muss was die bitte die andere wie weit habe ich noch okay passt und ihr kommt auf jeden fall ich weiß ich weiß dass er geht nämlich zuerst zu dir und ich kann ihn nicht ablenken ich weiß du hast einen schönen schnauze wahrscheinlich müssen die selben spritz für alle okay den kannst du echt nicht ab wenn der andere kommt gleich ja aber das nicht war schon da ich hab's gesehen das hat jetzt aber lang gedauert noch nicht noch nicht ich bin nicht gut zum ablenken warte da eine ist jetzt bei mir wie ich durch ihn ablenken das hast du dann ja du musst schnell machen ja ich hab falsches hast du ich hab versehentlich rechtens dick nutzt weil ich glaube ich die gute möglichkeit den abzulenken vielleicht ich muss mal schauen augen offen halten das ist mein witz gewesen hast du die augen auch zugemacht in der zeit der linke kommt noch nicht der kommt wohl erst wenn du das ding da machst bei mir kommt mein bett ist schade ich dachte ich könnte ihn damit lange aufhalten jetzt ist auch sehr badieren bewegung ich tippe so schnell ich kann aber wie ich dich kennen schaust du wahrscheinlich auf meinem bildschirm mit der zeit oder ich muss ja nur vier drücken muss ja nichts anderes machen ich sehe aber das licht ist mal auf deiner seite und bist fertig ok wo hast du mich jetzt hingeworfen wir können gerade dafür benutzen bist du bereit nicht ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit ich wollte dich blocken jetzt ab die wollten dass man ausbricht ja ich bin bereit aber er musste ja noch die toilette zu ziehen ich frage mich ob es hier sammelbare items gibt ja komm geht dadurch ich weiß nicht ich glaube er nicht was die kann ich nicht irgendwie rufen oder so kann ich nicht auch rufen oder so wir ziehen jetzt alle an der stange ja auch gott bist du schwach meine stange ich schlag sie dir aus dem kopf aus du schlägst du aus dem kopf und jetzt meine hand reinstecken was die ja los ich tippe doch so wir werden jetzt alle ersticken meine stange meine stange rum mit meiner stange spazieren gehen was machst du meine stange hast du dich nachschiebst alles gut wie hast du dir vorgestellt das alleine rauszuschaffen keine ahnung glaubt das ist die müller meinst du ich glaube es ist der ersten transport ich bin ich bin der kluge von uns der mit dem plänen hier check this out what are you thinking i'm thinking sheets all right let me hear it okay we need to find a way into this world once we do that we can get the sheets in here sounds easy enough problem is they don't allow inmates in there you think we can sneak in somehow Klingt nach einem Plan. Ich will mich verstecken. Warum du? Du hast mehr Macht als ich. Und? Ich habe einen Laken überziehen. Wies aber schnell hingekommen? Ja. Hey, du da. Das kannst du sagen. Das ist eine Waschmaschine? Ja. Was ist mit ihnen? Ich weiß, Mann. Sie werden einfach schlafen. Das ist toll. Das ist toll. Das ist. Ich kann nicht. Schade. Hey, du da. Wie geht's dir, du? Hey. Hey, Mann. Ich konzentriere mich hier. Was willst du? Okay. Ich will dich nicht bemerken. Das Schiff ist aufgelistet, nicht? Was willst du? Ich kann eine Wäsche waschen? Ja, ich habe auch eine Wäsche reingeschnitten. Ja, ich habe auch eine Wäsche reingeschnitten. Ja, es ist nicht so kompliziert. Es wird auch reingeschnitten. Das ist ein Arschloch. Alter. Was denn? Was geht mit deinem Typ? Keine Ahnung. Ich wollte den Wagen haben. Ich dachte nicht. Du auch? Ich habe es einfach nochmal probiert, ob du was anderes sagst. Spann dich, Mann. Warum? Ja. Ja. Das ist perfekt. Die Wagen denken, dass ich eigentlich verleing bin. Oh. Du arbeitest hart, um zu pretend, du arbeitest hart. Genau. Die Wagen sind so dumm. Ach, er macht es sauber, um die Wagen abzulenken und zu tun, dass er es sauber macht. Ja. Ich weiß. Das macht er sauber. Ich weiß. Das ist ungekehrte Psychologie. Du mein Auto. Oh! Ich kann das eine von diesen Karten da hinten. Uh, sicher. Name und nöte, bitte. Vincent Moretti. 3465. Vincent, Vincent. Nein, es gibt keinen Vincent hier. Entschuldigung. Du siehst wie du ein Typ ausmogierst. Ich denke, ich bin wahrscheinlich. Du siehst wie du ein Typ ausmogierst. Du wißt, ich habe einen guten Pack hier. Ich denke, es hat dein Name auf. Ah, danke. Ich denke, ich bin nur noch Appleton. Ich könnte nur so machen. Das war's nicht verstecken. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Laken. Ja, ich muss, ich muss dir noch, ähm, das Zeug reinstellen. Alter, wie viel ich hier halt sehe. das ist was ich sehe ja durch wo hast du deine wäsche reingeschmissen links doch schon genau da genau da genau da keine ahnung ich dachte fällt nicht auf ich dachte es fällt nicht auf wenn er plötzlich so ein typ aus dem wäschewagen kommt nein nein was denn mit wem redest du da ich habe meine wäsche noch gar nicht eingeschalten willst du mich gerade verkack eiern du kackbohen warte ich muss meine noch ein du bist doch echt so ein kackbohen wirklich das sagte neben reingeworfen gehört und ich bin jetzt mal eine meile gelaufen was wichtig ist noch verstecken du war schon drinnen du hast du hast das aufliegen lassen wenn du einfach weg ist solche sind versauern oder das ist meine wäsche ich glaube die bringt dir nichts geh zu deiner wäsche und schmeißt mir das vollgesiebte laken auf den schädel ich glaube du musst mit dem wagen da reingehen ich glaube es ist zu nah dran angst warte das nie hat doch das noch vielleicht müssen wir warten müsste es vielleicht müssen wir echt was das fertig ist ich schaue mal ob ich irgendwas schiebe ich mal eine unauffällige ecke schiebe ich einfach wieder da in den gangrennen schiebe ich einfach wieder da in den gangrennen du du ich glaube ich glaube verglaube ich glaube verglaube fack dich du ich darf mich voll ja ich glaube ich muss nicht voll kriegen mit schmutzigen lagen dann steckst du mich hier stimmt vielleicht muss das so machen was komplett falsch gemacht wollen ich bin echt zu fett okay wir sind Du kannst mich mal losschieben, ne? Ich weiß. Schau mal meine Haare schon durch. Ey! Was machst du? Dich drohlen. Kann ich bügeln? Schade. Ich brauch ein bisschen Bügel Simulator spielen. Versteck dich! Okay, wir sehen was wir hier haben. Okay, sieht gut aus. Geh weg. Ey! Okay, Zeit für den garten Garten. Was muss ich machen? Wo bin ich? Was machst du? Geh zurück zu arbeiten! Ja, sicher. Aber es ist ein Problem mit der Waschmaschine. Oh ja? Was ist das Problem? Ich weiß nicht, es ist kaputt. Hm. Es sieht nicht kaputt. Okay, ich muss die Maschine kaputt machen. Hast du sie kaputt? Habe ich gerade gesagt? Hörst du dir holen, was ich sage? Ah! 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 Ich muss was einschmeißen. Ist das schwer? Ich weiß nicht, ob ich dich schmeißen kann. Was ist das? Ich glaube, ich brauche Leo hier, um mir zu helfen. Oh, schaffst du es nicht alleine? Äh, oder du machst es, es kommt zum Kampf. Ah, da ich nicht weiß, wer sich prügeln will, wäre das Schwachsinn. Kaputt! Was ist das? Brenkt wieder? Was sind die Maggots zu tun von diesen Maschinen? Ja... Es ist lockt. Scheiße! Ja, da ist ja auch ein Typ davor. Verlenk ihn ab! Es ist lockt. Du musst aufsperren. Warte... Noch ist die Wache am Schauen. Hast du aufgesperrt? Danke. Du musst aufpassen. Da komm ich weiß. Wie gehe ich doch mal... Hi. 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 Du schaust hässlich aus. So auch. Ich weiß ja schon, ich habe nur Schwätze kommen in die Nase, oder? Ich habe den Lachen hingelegt. Warte, wie muss ich mich umziehen? Nein. Ach, stimmt. Ich dachte, das ist ein Bettlaken. Das sind Bettlaken. Ich weiß, aber ich war kurz... Und das andere Kleidung hat sichern. Oh, bist du zu klein. Mach hinne. Oh. Danke. Danke. Mir sagen, ich soll hinne machen, weißt? Wie viel braucht man denn? Drei oder runter? Dann ist es doch gar nicht so tief. Vielleicht benutzen sie es doch irgendwie so als Fallschirm oder so. Ja, bestimmt. Dann brauchen wir dann drei. Wir sind zu zweit. Vielleicht einander nähen oder so. Keine Ahnung, Kunos. Genau. Wir nähen jetzt noch. Ähm. Mann sind wir schnell. Ah. Hast du gehört? Du gehst jetzt. Ich trau es nicht. Nein. Der Part ist zu Ende. Okay. Komm, wieder hoch. Ja, ist gut. Und bis zum nächsten Mal. Und sehen wir mal, was in diesem Loch ist. Tschau.